Hallö und Hallöchen, meine Hallö und Freunde und damit darf ich heißen, dass wir von Letzler begrüßen. Wir spielen mit dem Schlöptern. Mutsl. Hallo. Mit dem Bongo-Killer. Hola. Mit dem Metroxion Florian aus Deutschland. Enemy has been played. Mit dem bulgarischen Bayern Medio. Und mit dem österreichischen Florian im Hintergrund, der sich gemütet hat. Aber egal. Wir spielen Urf-Name und spielen Lolo, Shogat, Lux und Chase und Sion gegen den anderen. Wenn wir das verlieren, werdet ihr das nie hören. Außer die Folge ist episch. Patrick, du kommst vor. Ich schlick es ja 23%, ich mach mein Fenster. Warte, hör auf, wieder 3-1. Hey, mein Fuß-Aids ist weg. Dein Fuß-Aids ist weg? Ja, das ist voll gut. Stimmt, Alter. Warum hat das die Fuß-Aids? Fuß-Aids, die kamen am... Nein, ich... Ich komm schon ein paar Wochen. Die hier, die kommt... Die kommt... Nee, bei mir kommt sie nächsten Samstag. Also, die war da... Oh, Mann. Bei mir läuft gerade Heino. Heino. Was, Heil? Heino. Heino. It's Heino nicht. Heino. Sieg. Heil. Heino. Anna, das gibt's doch nicht. Da musst Sieg Fried sagen. Sieg. Fried. Heil. Nee. Brun. Plankton. Heil. Heil. Mowsam Wii every day. Heil, Brun. Oh, Mann, ich bin Hentai Otaku. Du bist bestimmt ein Japaner. Alter, was hat das denn für ein PC? Ey, deine Mutter ist ein Japaner. Woher weißt du das? Woher kennst du... Du hast unsere dunkle Familie in der Geheimnis geluftet? Joga, ich stehe. Baby, du möchtest es anders machen mit Flash. Du möchtest es so machen. Warte, guck, du machst es so. Läufst du hier vor? Na, spielst du einmal Silent Ninja, okay? Lachst du hier hin und sagst, einmal Silent Ninja. Du, ich immer... Aber das geht bloß in den drei Toppischen, sonst geht das nur. Was für Ninja muss ich sagen? Einmal Silent Ninja. Silent Ninja. Ach so, Silent Ninja. Aber das sind wir schnellen Schwäbisch. Einmal Silent Ninja. Einmal Silent Ninja. Du bist das einfach. Du kerstkommst Schwäbisch. Lass mal ein bisschen zurückgehen, weil ich glaube, sie hat die Wegeschild zum Ding gehen. Die muss schon warten, bis sie hier in diesen Bereich kommt. Ja, sie muss ja hinkommen. So weh machen. Ja, ja. Aber die weiß nicht, dass sie hier sind. Ich bin zurück, einmal Silent Ninja. Okay. Ich flasche jetzt. Ich flasche in den anderen Wursch. Nein. Du bist Silent Ninja. Nein. Wir können die im Prinzip Level 1 CC trainen, wenn wir es richtig machen. Ich stunne mal als erstes. Ist Brand eigentlich in dem Spielmodus gebannt? Nein. Aber der ist auch total auf jeden Fall. Ist richtig, richtig stark. Kommt jetzt her, sage ich. Er ist Topline auf jeden Fall und Jack kommt. Wenn Chaco mit Kuh hingefangen hat, ist schon ein Silent Ninja. Wenn die sich hierhin schaut. Flash. Du Flash hin und stun sie. Er hat ja mal gar keine Mana kosten. Alter. Ich würde mich älten. Wenn ich dann, dann, dann nicht. Das war eine wunderschöne CC-Chain. Okay. Ich fange jetzt schon mal zwischen allen Items gleichzeitig an. Habe ich mich entschlossen. Oh mein Gott, als ob die nicht getroffen hat. Welche verarschen. Ich hätte aber nicht getroffen. Das fällt keine weh. Oh shit. Oh shit. Oh lol. Medi hat sich gar nicht beachtet. Wirklich, Medi? Äh. Bevor du ihn nicht bekommst. Ich will Silent Ninja. Meine w-skaliere es richtig gut als Afrika. Der ist der einzige Champ, der in diesem Spielmodus noch Spaß bringt. Oh lol. Also Blaze hasst du Jason im Spielmodus mittlerweile. Was will er? Also wenn man gegen ihn spielen muss. Gegen Blaze? Ja. Blaze ist auch der 25. Champion. Der ist auch richtig schön. Weil sobald er seine Uhr abhatt, bringt es ihm gar nichts. Eigentlich, sobald er seine weh abhatt, kann er seine weh zweimal durchschießen. Einmal. Oh, dreimal durch. Ich war bis dreimal. Oh mein Gott. Das ist ne richtige Bombo. Wir können by the way Bots so gut wie nichts machen. Naja, zoppeln können die genauso wenig. Also die Gegner. Gut. Geil erstmal meine EE auch. Oh mein Gott. Junge, Penetration incoming, Junge. Oh mein Gott. Du kannst bis hier hinlaufen. Ah. Ich habe ihn gebaitet. Nice wait. Oh. Das ist... Ich habe mich immer weggesylenten. Ey, das geht bloß bei den drei Büschen-Troppeln. Wow. Er muss mich einmal stunnen und ich bin tot. Weil er einfach perma stunnen kann. Weil er einfach perma stunnen kann. Ja, klar. Gebt der Fotze. Ich bin tot. Leute, wir müssen auf mich geerzuschfokus irgendwie. Beb. Weil er mich nur hearfladen-fokus hat. Tölt! Nein! Nein! Wer mich aber nicht töten will, Leute. Wieso will ich den töten? Lass er dich skillen, als ob es auch cool ist. Oh, das ist immer weh. Okay, ich geh mal zurück. Ich brauch mir Instant. Kannst du Instant für den RTP, ne? Ich weiß. Weil du auf diese Map einfach dauerhaft spielen musst, ich krieg das Item bald auf jeden Abend. Musch gucken am Endgame. Ja. Voll schon. Warte, warte. Warte, warte. Alter, ich krieg so viel Damage von den Puppen. Das ist richtig brutal. Guck, das geht nämlich nur in den Büschen. Einmal Silent Ninja. Hier hab ich meine 14. Äh, wie will ich dich hier? Mit deiner Ulti? Ey, will der mich farschen. Ja, und mich. Alles in der Umgebung. Echt? Ja. In Ernst? Ja, mein Fallout. Ich hiel dich, ich hiel dich. Oh mein Gott, ich hab dich nicht gut gelockiert. Was tust du eigentlich? Dieser Fixer wird überleben, Mann. Lappen. Wir haben beide halt keine Range, leider. Euer SS Toplane. Mittleren ist auf Toplane. Ich weiß, Andy Vorze kann halt die Instanz spammen. Kann jede 0,8 Sekunden die Kür machen. Das ist richtig nervig. Ganz leicht? Ja. Ja. Jetzt kommt der Xenat her, Alter. Alter, willst du mich klauschen? Warte mal, wer seid denn Ninja denn jetzt? Komm, guck mir an unseren Moment. Geht es auf den Scheiß? Ja, das geht denn alle 3 Wischen von oben. Lege. Ninja. Ninja, nicht. Alter, was ist das? Ey, triff mal den Stun hier, Wichser. Was kannst du eigentlich? Ich geb dir. Essen. Spaß. Ja, ich hab erst jetzt wieder Essen. Aber es bringt einfach gar nichts, mein Essen, weil ich jetzt wieder sterb. Alter, diese Range, die sie haben. Okay, ich hab das letztes Game nicht beachtet. Es gibt diese Top 3 Champions und dann gibt es noch die, die mehr Range haben. Ja, du denkst halt einfach am meisten Range im Game. Ja? Nein, Jay? Äh, Caitlyn? Nein, genau. Meine AP Range hat Serrat. Ja. Ja. Ruhig, der Upper Range hat echt Serrat. Das kotzt richtig an. Ja, da ist's. Leut. Leut. Nur eine Queue, eine Long Range Queue. Okay. Eine Long Range Queue? Eine Long Range Queue? Ja, die Kuh soll ja auch ein bisschen eine Reichweite haben. Die dumme Kuh. Oh mein Gott. Ah. Musste ich gleich spielen. Das ist echt witzig. Ja. Tock, hau drauf. Auf den Tower, jetzt gib den Tower. So. Deine Zeit, deine Zeit. Die können den können nicht, ja. Wollte ihn. Oh, ist deine Welt. Digga. Warum kann ich den nicht essen? Du kannst nichts essen. Hab ich! Nicht? Wo ist aber in Range kommen erstmal, Digga? In Range kommen, Alter. In Range geht von da bis da oben. Ja, genau. Das ist doch fasziert, Midi. Oh. 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 Oh, oh. Oh, die Glutenkost-Minnig-Lampe. Oh, oh. Hä, Moment, 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 Moment. Oh, oh. Habt ihr eine nicht gesehen? wie fucking knapp ist bei mir grad so ich guck bei dir nicht so schon nötig krebs verstehst du schon die spaß warum kann man seine mittel und nicht mehr will keiner gegen jace spielen wieso war auf einmal jeder botland wirklich jeder weil mittel keiner mehr ist ach so ja dann hau den scheiß zauber um wichser ja jetzt hab ich dich bezahlt schöne bezahlung es gibt ja zwei seiten auf den vorn wo es vorne ist dann nach so sofort das ist immer auch die falsche der ist wohl schon auch können weißt immerhin wow innerhalb von drei sekunden wieder ernst dann nicht mal innerhalb von zwei sekunden ok ich komme ich komme ich kann ich gehört ich komme da fliegt Äh Wo ist er? Was ist er? Ich gib'n Fuck Oh ich stehe jetzt einfach zu dritt, Gottloin Oh Wo ist er? Die Gold ist weg Lass ihn mal wieder an bin ich denn gleich wieder her, ich hab 6 Decks, Digga Media drauf Jetzt baut du dich auf Media Wofür denn? Oh mein Gott Das will ich nicht anfangen Ich aber schon Wusste, der muss hier irgendwo sein Einmal Silent Ninja Nein Was kann Annie denn schon bitte kurz? Nichts, außer ihren komischen Scheiß-Teddy werfen, Malta Ja, ich auch bis jetzt immer mit Mana Cube Kannst du aber auch nicht Boah Wusste nicht mal, dass du in bist, Junge Ja, wo bin ich denn sonst? Wie fragst du deine Mutter will? WTF, ich versteh es nicht Die steht genau in meiner Cube, aber wird nicht die Art Knocked Up Ja, ich hatte kein Schild ready Kein Problem Was kannst du eigentlich? Was kannst du? Warte Also ich kann mich schon mal nicht auf andere verlassen Das kann ich Du hast noch nicht mein Ledge-Brain, Alter Was kannst du eigentlich? Jeder Appeller hat schon Ledge-Brain Wie das aussieht Wie das aussieht Gefolgt ne? Auf Otto DS Da ist er, da unten Das hier, der trollt Ja, der ist hochgelaufen Der ist hier drin Der ist hochgelaufen Der ist hier drin Der ist hochgelaufen Wow Ich fick jetzt den Schau hin Schau zu und lernen Komm gleich wieder SR ist richtig top Oder hör richtig Mitte Da 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 Ich bin ein fettes Kid Nächste Menu Das macht die halt jedes Mal Ja ja, mach das Mach das Ist mir egal Siehst du? WURF Echt so? Oh fuck Du viel zu weit Ich hab alles gemacht Und nichts ist passiert Du hast dich nicht geholtert Du hast dich nicht geholtert Ich hab mich dold Aber es ist nichts passiert Kommen Wieso ist denn ein kleiner Punkt, Patrick? Du Lügerer Lügerer Du weißt, wie ich's mein Ich hab geholtert Du hast nicht alles gemacht Ich hasse euch so sehr Da 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 Es kommt Es kommt Ah, okay, geil Okay, okay, gut Shutdown Double kill Nice killsteel Lick mich am Arsch Fotze Oh, weil ich's deine nicht so viel Du Fotzen Wiegero Was ist denn das für ein Wort, Alter? B-T-TV Mein Wort Ja, dein Wort, mhm Du musst zahlen Bei Broken Thumbs TV Keine Ahnung welche Folge Da hast du das her Das hat mich auch gesehen Ja, ich hört YouTube Ne, nicht mehr, die Folge ist uralt No Problem Oh mein Gott Oh Muss ich hier nicht mal Ich muss ins Gesicht Guckt euch sein, guckt euch sein Guckt euch sein, guckt euch sein Guckt euch sein, guckt euch sein Guckt euch sein, guckt nachher Party The place Wie uns der Tau einfach nichts anhaben kann The Shields of Doom Ah Willi Willi Willkommen Nein Dem konnte ich nicht mehr ausweichen Nein Halt weg Halt weg Nice Patrick Ich geb ihm Wo ist dein, äh, der Fire Gib ihm Wo ist Lions Death Fire Oh Useful Pati, ich stell ein Wort Pati, stell ein Wort Pati, stell ein Wort Pati, stell ein Wort Okay, danke Okay Wir müssen jetzt aber noch 12 Sekunden warten Tch 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 Was ist dein Monger, der Junge Oh mein Gott, wer überlebt Wer überlebt Wer überlebt Wer überlebt Wer überlebt Wer überlebt Wer weiß wie das gerade gerettet Ich war nicht dran Wer überlebt nicht Wow, dieser Annie Macht es halt immer wieder Ihre scheißt Taktik Ich kaufe, ich kaufe ein Abkampf Du kaufst den Cooldown? In Urhoff? Ja. Wurf in Urhoff. Alter! 5 Leute top! Nein! 200 Base! Oh ne das ist mir ein bisschen zu viel. Das will ich aber jetzt nicht. Fast! Stell ein Wort, ich helf dir. Ah ich hab keinen Teleport, sorry. Danke! Ich glaub da will ich auch nicht rein bei 5 Leuten. Oh ne das kann er doch nicht hoffentlich sein. Das sind nicht alles. Genient. Sie hatten 10 Sekunden hatte er wieder Ulti. Möchte ich Ulti wieder wachen? Lux mach doch was. Jetzt Ult doch mal ab. Sorry, big. Wenn Ulti hatte, der hat nicht einen Weg zu können. Ich hab noch so ein Ass gemacht, aber hab nicht mehr entlassen. Die kommt nicht weg, du hast keine Lust auf dich weg. Ich hab da auch weggepusht. Was hab ich nicht? Da ist ne Annie mit 20 live. Kommt nicht weg bitch. Da ist sie, da ist sie. Ich hab da auch weggepusht. Kommt nicht weg. Sie kommt weg. Schluck doch nicht die Ulti, damit die auch noch Schaden kriegt. Ja bestimmt. Ja, leg mich am Arsch halt. Da wurf. Wie viel ist das eigentlich die 90. 92 keine Ahnung, aber wenn ihr nicht die magische Folge. Also einfach ruhig seid. Okay? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Fuck, ich bin tot. überwärts werden bei einem anderen schläfstück bei der werte sie sind um wenn der stelle eine naja die klinik behindert ich habe auch gedacht er hat immer noch nicht die eigentlich ist nicht gemeint ich habe gemeint die gegner sind scheiße zu hohen kombin ich will ich die ich habe los gehört dass behindert sind ja behindert zu nie so oder so ja behindert alter der hohen sohn und so und das ist schon nicht der da ich habe schon zwei leute getötet ich komme zu spät lauf niemandem schagte aber nur kurz fünf gruppen gestellt hat wir haben fast alle türme von denen das stimmt weil ich jede leise durchbruch das ist doch gut oh mein gott der wird schon wieder seine ulti oh jetzt kommt Flo von hinten one shot komm von hier das hier ja auf jeden fall ist er daheim ja habe ich das ist erstmal meine stacks wieder stacken alter fünf leute bitte der enemy hat wahrscheinlich schon wieder ihren tebast ne äh patrick geh du mit patrick geh du mit ja mach halt das geh ich halt mit leute geht mal mit der ja ne wir splitten uns scheiße auf will ich nicht mal so sagen ich push grad topline so wird es schön ja so kann sich das noch schöner ja für dich schon ist das gut ja für dich schon ist das gut raku hat ulti wieder mal an da da ist kannst du mal aufhören das hat viel Sinn das hat viel Sinn das hat viel Sinn Wollen wir mal alle zusammenlaufen? naja komme nein nein wär zu leicht ich habe nur kurz James getötet ich habe sie glaube ich gefühlte zwei stunden irgendwie verfolgt und das war lustig und es hat irgendwie Zeit zappt auf und war unnötig mit Scheiße aber es war lustig just stop bambitch alter dieser lieb noch was jetzt hast du mich doch kippern ein tau ein hit auf den hiddl ein hit auf den hiddl Es gibt ja keine anderen Leute, die auf den Indien fahren können, während ich die wichtige Arbeit mache. Nein. Leute töten. Du. Fickt euch, Mann! Die sind eigentlich alle zehnmal schneller als ich. BAM ALTER GAN BITCH! Nein. Gebt dich töten. Danke. Es war also gebt die Gestaltung. Nein, war auch nicht. Deine Mutter, die töten. Boah. Hab ich auch gehört. Ich hab auch so neusten Muttergeschäft. Auch mal ein bisschen nicht reagiert. Ne, ne, willst nicht. Ich hab grad fünf Frames. Läuft. Läuft richtig hart. Ich hab auch fünf Bildschirme. Ich hab 60. Ja. Ich hab 33 Bildschirme. Ne, ich hab gedacht wir reden grad über FPS. Nein. Doch eigentlich schon. Nein, eigentlich nicht. Weil du auch eingefallen hast, du f***er Junge. Was willst du? Willst du schluss werden? Alter, ja. 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 Wo ist hin? Oh mein. Oh, da hast du dich gechirft. Ich mach mir eben Dragon. So, mein Braun mach nicht mehr Braun. Ich komm. Braun. Ich komm. Ich will's nicht verarschen, Alter. Die blöde Fatsche. Ich geb' ihr. Ich geb' ihr. Hast du das verstanden, Marshall? Ich geb' ihr. Dieses GA von dem Boros lebt mich. Ja. Kann man auch nicht mal weggehen? HADY! PATRICK! HADY! 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 Natürlich! Patrick, das ist ein Wort. Nice Ulti, nice damage. Alles nice. Ult mit Lockdown. Nichtig Ult, dann geben wir rein. Aber du musst bereit sein. Ult ihn jetzt. Ult ihn einfach. Er hat vorhin von Fallen getötet. Wie gerade eben. Schau, siehst du, das war eine Vorbeug-Ulti. Ich bin voll schlau. Alter, ich will mal A-P-Change spielen, weil die Fallen skalieren doch auf A-P. Oh mein Gott, die Fallen skalieren auf A-P. Weißt du, der Typ trifft normalerweise nicht seine Ulti. Scheiße, seh das, ne? Einmal trifft er sie und ich will nicht flashen. Upsi. Guck mal, ich bin so groß wie du. Gib mir mal Ulti. Gib mir Ulti. Ich hab keine Ulti. Warte, hast du gleich. Ich konnte nicht mehr. Ich hatte sie nicht mehr, leider. So. Nächstes Mal vielleicht. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Bye, wüss.